Hey! Halten Sie durch! Endlich ist es hier. Nun ja, fast. Bevor es am 8.3. diesen Jahres losgeht, beschert uns Ubisoft erstmal einen kleinen Vorgeschmack auf deren Blockbuster 2016. Ein Deckungsshooter in einem postapokalyptischen New York, Loot an allen Ecken, futuristische Gadgets, ein tolles Partysystem und cineastische Grafik. Das ist The Division. Wir wollen uns heute anschauen, was in der Beta auf uns wartet und ob das Spiel dem Hype gerecht wird. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68 klar zur Handlung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Was einem direkt im wahrsten Sinne ins Auge springt, ist die Grafik. Nach Downgrade-Debatten und vielen Diskussionen darüber, wie man es am besten mit Watch Dogs vergleicht, muss ich sagen, dass The Division nach wie vor verdammt gut aussieht. Ja, an manchen Stellen wurde an der Grafik gedreht, aber das fällt einmal im Spielgeschehen überhaupt nicht mehr auf. Denn technisch spielt The Division ganz vorn mit. Bei einem Intel Core i7-4790K, 16 GB RAM und einer GTX 970 läuft das Spiel auf den höchsten Grafikeinstellungen butterweich und ist so gut wie ohne Probleme spielbar. Für mich zumindest. Vor Spielbeginn können wir uns einen Charakter erstellen. Im fertigen Game werden wir Optionen zur Personalisierung haben. Momentan können wir weibliche oder männliche Charaktere mit zufälligem Aussehen generieren. Haben wir diese Auswahl hinter uns, starten wir direkt ins Spiel. Wir beginnen am Hudson River Hub und begeben uns zum Madison Square Garden, um unsere zukünftige Basis einzunehmen. Hier können wir uns durch Abschließend von Missionen drei Flügel freischalten, beziehungsweise momentan ist nur der Medizinflügel freischaltbar. Durch das Ausbauen der jeweiligen Flügel schalten wir uns im späteren Spielverlauf Fähigkeiten frei, die uns das Überleben vereinfachen sollen. Hier finden wir außerdem Händler, die uns Waffen, Waffenmodifikationen und Ausrüstung zur Verfügung stellen. Wir können unsere Ausrüstung einlagern und haben die Möglichkeit kostenlos unsere Ressourcen aufzufüllen. Das Interface scheint am Anfang etwas überladen, doch nach nur ein bis zwei Spielstunden geht alles relativ einfach von der Hand und es ist einfach zu bedienen. Dasselbe gilt für die Kämpfe. Anfangs noch recht überfordert von den Kommandos, kommt man sehr schnell in die einzelnen Mechaniken. Das Deckungssystem funktioniert sehr gut und intuitiv. Das Waffenhandling ist für Nicht-Shooter-Spieler am Anfang sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, da es den Kniften doch sehr stark an Stabilität fehlt. Die Gegner-KI reagiert gut auf unsere Aktionen und versucht des Öfteren unsere Figur zu flankieren. Es kann also schon mal vorkommen, dass wir ins Gras beißen. Wir sollten stets auf unsere Umgebung und die Anzahl der Feinde achten, um nicht umlaufen zu werden. In der Welt finden wir immer wieder Kisten mit Ausrüstung, auch Gegner hinterlassen diese natürlich. Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, abgelenkt zu werden durch eben diesen Loot. Die Sammelsucht schlägt bei der Division definitiv zu. Immer auf der Jagd nach besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen schlagen wir uns so durch New York. Erledigen Missionen, helfen Passanten und halten immer die Augen nach sammelbaren Objekten auf. Hat man diese Missionen alle erledigt, bleibt nicht mehr viel zu tun in der Beta. Wäre da nicht die Dark Zone. Ein PvP-Gebiet, in dem wir auf hochwertigeren Loot stoßen. Jedoch auch auf viel stärkere KI-Gegner. Ist man allein in einer Dark Zone unterwegs, kann es schon des Öfteren ziemlich brenzlig werden. Aber der Einsatz lohnt sich. Die Ausrüstung der Dark Zone ist wesentlich höher angesiedelt als der Rest außerhalb, aber jedoch kontaminiert. Die gesammelte Ausrüstung muss zu einem Abholplatz gebracht werden. Dort kann man einen Heli rufen, der nach ca. einer Minute rausfliegt, sodass man sie später nutzen kann. Das Problem ist, dass andere Spieler ebenso auf der Jagd nach diesem Loot sind. Es kommt also nicht selten vor, dass man selbst ohne Loot wieder und wieder einfach niedergeschossen wird. Ein großer Nachteil, wenn man alleine ist. Sucht euch also ein paar eurer Freunde zusammen und betretet gemeinsam die Dark Zone, um gut abzustauben. Kommen wir zu den Menüs. Die sind sehr übersichtlich gehalten und mit Controller wie auch mit Maus und Tastatur gut zu bedienen. Die Map ist übersichtlich und gut lesbar, wenn man sich dran gewöhnt hat. Markieren und Schnellreisen sind möglich. Außerdem werden uns kurze Infos zu Missionen angezeigt, sowie Freunde, die sich im Spiel befinden. Eine Onscreen-Navigation kann ebenso stattfinden, wenn man das möchte. Die Fähigkeiten sind hier nur recht übersichtlich. Wir können lediglich vier Aktive freischalten, von denen zwei gleichzeitig ausgerüstet werden können. Diese können aber auch jederzeit, auch in den Kämpfen, gewechselt werden. Ein sehr flexibles Skillsystem also. Talente und Vorteile sind leider noch nicht anwählbar. Das Ausrüstungsmenü unterteilen wir in Waffen- und Rüstungsgegenstände. Drei Waffenslots stehen uns zur Verfügung. Davon sind zwei für Haupt- und ein Slot für kleinkalibrige Nebenwaffen. Waffen lassen sich mit gefundenen Mods verbessern, darunter zum Beispiel Schalldämpfer, Farben und Griffe, die uns verschiedene Boni gewähren sollen. In der Gruppenverwaltung sehen wir, welche Freunde online sind. Hier können wir auch Gruppen aufstellen, verwalten oder auflösen. Auch Sammelobjekte werden hier angezeigt, das jedoch erst im fertigen Spiel. Für den PC haben wir bei The Division massig Schalter und Regler, um die maximale Grafikpracht aus dem Spiel zu kitzeln. Für mich ist es beruhigend zu sehen, dass dem Spieler hier noch Möglichkeiten gegeben werden, Grafikeinstellungen zu tweaken. Denn bei vielen Spielen 2015 kam so etwas ziemlich kurz. HUD-Elemente können zudem frei angepasst werden, in Größe und Position. Gerade für Leute, die auf mehreren Monitoren spielen, ein Killer-Feature, das ich gern öfters sehen würde. Im Generell macht das Einstellungsmenü von The Division auf dem PC ein wirklich gutes Bild. Die Sprache des Textes sowie Audio ist frei wählbar, genau wie die gesamte Tastenbelegung. Vorbildlich. Ich muss ehrlich zugeben, dass sich von The Division schon seit dem ersten E3-Trailer aus 2013 angetan war. Mir ging es zwar bei vielen anderen Spielen ähnlich, aber jetzt hoffe ich einfach, dass Ubisoft durchhält und nicht wieder so eine Blamage wie Unity abliefert. Wir können nur gespannt sein und hoffen. Doch nach allem, was ich bisher in der Beta gesehen habe, bin ich der ganzen Sache doch recht positiv eingestellt. Alles lief rund. Selbst bei nur einer spielbaren Haupt- und einer Handvoll Nebenmissionen fesselt das Spiel einfach. Vor allem beim Spielen in einer Gruppe. Der Nervenkitzel, gutes Equipment dabei zu haben, das erst aus der Dark Zone geflogen werden muss, um es verwenden zu können. Und die Tatsache, dass man jederzeit alles abgenommen bekommen kann, ist einfach fantastisch. Fazit? Ja verdammt, ich kaufe es mir. Vielleicht zieht man sich ja zum Release am 8.3. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Video.